Dieser Ford Transit Courier steht hier zum Verkauf. Zwei Personen haben in diesem großen weißen 5 Thüringen den Platz. Der VIN bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, elektrischer Seitenspiegel, ABS und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 95 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 5,6 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 14.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Aufmerksamkeit! Aufmerksamkeit!